Die mobile WLAN-Kamera nimmt mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln bei 22 Bildern die Sekunde auf. Das Videomaterial kann auf einer bis zu 32 GB großen MicroSD-Speicherkarte gespeichert werden. Auf die Kamera kann per Smartphone oder Tablet zugegriffen werden. Die Akkulaufzeit des leistungsstarken Akkus beträgt bis zu 7 Tage bei Aufzeichnung ohne aktivierten WLANs. Sie bietet eine automatische Aufnahme bei Bewegung im Bild und eine integrierte Nachtsicht von bis zu 2 Metern Entfernung. Besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de oder folgen Sie dem Link in der Videobeschreibung.